Willkommen zu einer weiteren Folge vom Ziegen Simulator. Wir sind nun noch im Gebiet 2 unterwegs. Haben wir jetzt schon ordentlich goldenen Ziegen gesammelt. Auch mal wieder Multiplayer. Pio. Alter. Und wo lang geht's? Hä? Hä? Ach da. Ich muss viel hoch. Ich krieg den Chester aber nicht hin, ey. Okay. Ah, jetzt seht ihr jetzt hier. Ich will doch aber nicht mehr. Oh, ich geh mal ins Hauptmenü. Ich weiß grad nicht wie ich die Scheisse abbrechen kann. Go City Bay! Und dann haben wir noch den MMO Simulator. So, was nehmen wir denn? Die schnellste Ziege der Stadt. Bomben. So. 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 Okay, wo sind wir jetzt hier? Ich vermute irgendwo bei diesen Brittern, mit dem Wallrun, ah bei den Kriegen ist das okay. Da unten waren wir ja. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. So, was für Kräfte, was kann ich denn mitnehmen? Bin ich jetzt unsichtbar oder sowas? Hey, verrasch'gemacht. Eigentlich würde ich gern... Mensch, das hat doch einmal so gut geklappt und jetzt kriegst du es ja nicht mehr hin. Ich würde gern das Fahrrad umdrehen, wenn es geht. Ach, der Gewicht. Okay, ich glaube, ich wechsle nochmal irgendwie mit dem Geist, finde ich jetzt. Nicht ganz so doll. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Und da haben wir wieder... Das ist ein Feuerding. Keine goldene Ziege... ist da eine drauf? Auch nicht. Okay. 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 Oh, ja, ernst. Wenn ich da reingucken kann, müsste ich da irgendwie auch da reingehen können. Gefällt mir die Bude? Jetzt brauchst du dich zu holen, ja. Sonne Scheiße. Ups. Da hab ich was entdeckt. Klassigut. Jetzt haben wir, glaube ich, 10, oder? Oh, das ist eine Vase gewesen. Ich glaube, ich habe etwas verbrochen. 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 Das war die Krone. Können wir wieder aufsammeln? Oder auch nicht? Ich glaube, ich glaube, ich habe etwas versammelt. Ich glaube, das ist etwas bei dem Da. Ich würde schon sagen, dass da bestimmt... Oh. Da ist auch der Alien. Oh. Oh. Wo würde ich fahren? Go. Hallo Leute. Das ist... Dead Maus. Oh, wie geil ist das denn? Oh. Verdammt. Verdammt. So knapp. Ich glaube da braucht was Goldenes oben. Da waren wir ja schon. Und dass? Ich bin defensiv nach Eine Falle? Wieso eine Falle? Ach, die wird nun zur Umbringung. Ist noch nichts weiter? Kein goldene Ding, ich bin enttäuscht. Jetzt sind wir wieder zurück. Na gut, es geht eigentlich. Hä? Hä? Ich komm nicht zurück. Oder? Doch. Ne. Hä? Alter, diese Musik. Musik 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 So, und diesmal gehen wir mal hier und um, nix, dann fahren wir noch mal hoch. Alter, jetzt doppelt hier. Komm schon, ein bisschen noch von vorne. Ja, 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 oh yeah, nein, bleib hier, bleib hier. Nein, verdammt, na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal, ich bedanke mich, bis dann. Bis zum nächsten Mal.